rufen aufstieg schallvibration schallvibration ist auf jeden fall das was wir wollen ok jetzt egal wie weit bist du schon ob es ist schon weit vor mir also gibt es wahrscheinlich auch viel ne ja Ach, welch schrecklich. Sei vorsichtig. Gehe zu Priesterin Garoa für eine sichere Reise. Ei, ei. Du bist doch aus Pride-Holm, nicht wahr? Jawohl. Die Abenteurerin, die von der Pater-Armel gesprochen hat. Pestträger. Ne, das finde ich nicht. Keine normalen Quest, leider. Immer nur die Main-Quest. Die mogeln sich aber immer schön rein. Merkt ihr das? Stopp mal, ich muss mal hier gerade eine Taste umlegen. Und zwar... Wo kann ich es tun? Dienste. Ich muss mal die 9 und die 8 auf die Maus legen. Potkeys. Grundlegende Steuerung. Navigation. Fähigkeiten. Gegenstände. Das machen wir da hin. 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 Da ist es schon mal angenehmer. Wie kommen wir den Patienten nicht etwas zu nah? Das ist wie bei Final Fantasy. Schön. Mount auf. Hier die Maustaste. Die heißt hier sogar Daumen. Daumen. Daumen eins und Daumen zwei. Nicht Maustaste eins und zwei. Nein. Äh. Daumen. Daumen. Und daumen. Untertitelung des ZDF, 2020